Fein! So, machen wir mal ein Video von den drei Muskeltieren im Schnee. Hallo, pass auf, da geht er hoch. Ja, kampelt euch mal! Fein! Wenn die sich bewegen und wir trocknen die jetzt ab, dann kann überhaupt nichts passieren. Ja, ja. Klar, dass die jetzt wahrscheinlich mal Pisa werden. Der Schnee der Kalle. Ja, wo sind sie denn? Wo sind die Babys? Der Schnee ist jetzt so hoch, dass ihr da hochklettern könnt. Fein! Na komm mal her! Na komm mal her! Fein! Die Hüpfirnchen! Hallo, ihr Hüpfirnchen! Das wird schon hier froh an sein, sonst sind sie im Wasser. Guck mal, da oben! Nein, nicht fressen! Guck mal, da oben! Guck mal, da oben! Es gab Passhafen auf! Ebrö, nicht so derb! Ebrö! Guck mal, da oben! Ich bin doch nicht unter dem stehen! Das ist so! Hopp hoch! Komm her runter, okay? Hier springt! Guck mal, da oben! Guck mal, da oben! Guck mal! Dämmh! Guck mal, da oben! Statt das Küchen! Vielen Dank.